3, 2, 1 Pädagogisches Salon, herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale Wir spielen noch eine Runde Stribble hier und mit dabei ist der Tim Hi Die Seku Hi Der Kaiser Maxim Ja moin Und der Lenny, der so mitspielt, ja Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder Lenny is choosing a word Das wurde dann mega laut, dieses So Aha Das ist ein Mund Das ist eine Schüssel Das ist eine Zunge Oh Ein Goldschatz Äh, das ist Goldtopf Hä, was ist das Oh Ja, es ist richtig gewesen Meins mal richtig, meins mal richtig, meins mal richtig Was ist denn am Ende des Regenbogens? Und am Ende des Regenbogens gibt's ganz viel Gold Mehr verrate ich nicht, weil ich bin voll cool Ich weiß es nicht, wie der heißt Es ist total einfach Seh doch nur hin Guck doch mal in die Tipps, denn du weißt, was es ist Ah Hallo Da würde ich sagen, da gebe ich mal ein Like Magst du das gar nicht Da gebe ich einfach mal ein Like Da 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 Goldtopf, oah Kaiser Maxim ist choosing a word Okay, ähm Gibt halt so Leute, ne? Okay, erstmal ein Dislike Weil das ist kein Kreis Ja Alter, der hat nur ein Auge Oh Die können halt Ja Alles sehen Was? Und dann? Ja Nein, oder? Nein Und dann gibt es noch Tim Wenn man mit dem Zahnstocher ins Auge sticht Dann kann der nix mehr Äh Er singt dann immer noch Gib ihm noch Gib ihm noch Ehm 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 Stock in die Hand, Max Und diese Armbinde Weißt du, was das für eine Armbinde ist? Ähm Mit diesen drei Punkten So eine gelbe Armbinde Aber ich kann Ihnen einen Hut malen Hä Warum einen Hut? Hä, warum einen Hut? Keine Ahnung Die haben halt neue Begriffe eingebaut Das ist halt echt interessant Alter, was ist das? Ich habe sogar gerade meinen Gravek-Täppel angeschlossen Aber ich kann trotzdem nicht besser zeichnen Aha Okay, dann erstmal ein Dislike Aha Tja Muss halt so sein Geht auch ein Dislike von mir Oh Jetzt wird es ernst Oh, äh Das war's schon Ja Okay, das könnte man noch falsch verstehen Tatsächlich Ja Interessant Interessant Ja Ach Gott Alter Was? Was? Also Junge Wir befinden uns In einer Weit entfernten Galaxie Zabos Nein Nein, das ist nicht Zabos Ey, wer Nimm den Dislike zurück Nein Das zählt doch für dich, Zuschauer Penner Ich habe das genau gesehen So Und dann gibt es Den hier Ich kenn das nicht Ah Ah, ich weiß Es ist total einfach Es ist total einfach tatsächlich Weil es geht wirklich um das Ding hier Normalerweise Normalerweise sind die Dinge hier alle so Das heißt Aber der hier Ist so ein bisschen Ja, war fast richtig Oh Ja Und da oben ist Max Der springt runter Und macht ein Wasser MLG Äh Ich habe irgendwas falsch geschrieben Da fehlt noch ein Buchstabe Ja Alter, also was Was ist denn das bitte für ein Wort Äh Bist du es eingegeben Hast du es die Zeit Ja schon wieder um Ah, jetzt habe ich Ach komm, wir gehen mal hin Und machen hier noch die Sonne hin So So Die Was habe ich denn geschrieben Ey, ich wollte noch ein Daumen hinbauen, Alter Lass ein Like da Ach, sie wollte ich Ja, aber es wurden ja Oh Das ist eine Seeku Mehrere Wörter Wasser Fisch Seeku Äh Was ist das? Binguin Jawoll Was? Hä, was ist das? Ähm Man, das ist easy Oh Ja, stimmt Ah, da bin ich erster Easy Ist das ein Flamingo? Ja Ist das eine Gans Nein Es ist das hässliche Entleid Warum ist das gezeichnet, Alter? Ne, ich war das doch gerade gar nicht Das war nicht mal Anna Oh, wer war das? Okay, also Lenny Oh, Lenny, kann malen, Alter Jetzt ein Haus Okay Das ist aber kaputt aus, das Haus Ja, das ist halt dein Haus Ne, hallo, ich habe ein krasses Haus Guck, hier bist du Alter Ne, jetzt bin ich jetzt viel zu dünn Okay Ey Okay Ja, das bist du Und du springst gerade aus dem Fenster Okay Ähm Und du hast hier so ein So ein cooles Teil Das ist leicht Aber darum geht's nicht, ne? Doch, doch, darum geht's schon Nein Ähm Dann kommt dir immer so ein Typ vorbei Und der hat einen Hut Das ist wichtig, dass der Hut hat, ne? Und ja, der hat halt immer so coole Sachen bei sich Ah, okay Und um den geht's Oh Alter, das ist jetzt nur, weil ich rausgesprungen bin, weil bald kann man Fanpost, kann mir Fanpost zuschicken, ne? Also so in, in zwei Wochen Alter, dann kommt der Postboden Könnte ich auch jetzt schon, aber ich habe nicht genug Bilder Haaaaaaah Der hat auch einen Hund bei dir Dafür wird der Ordner Der beißt ihm ins Bein Der Ordner zur Gamescom umso fetter Scheiße, ist das, ist das ein Hund? Ne, keine Ahnung Das sieht aus wie Pummi Der hat Pummi dabei Miau Oh Gott Moin, Leute Ist ein Baum, aus Kiefer, Turm, von Vielleicht ist es ja Pisa Abboniert mich Jawoll Hä? Oh, ist das Alter Hab ich übrigens keinen mehr zu Hause Bitte donatet mir ganz viel, dass ich mir Töpfe kaufen kann So, und dann haben wir das hier so mal So, und dann ist hier so Äh Und dann, da fehlt ja noch was Ja Wär ja komisch, wenn das dann nicht so geklärt wird Also ich habe gelernt bei Zinus, in der Schweiz ist das ein Glätteisen Ja, das ist kein Ding da, das ist ein Glätteisen tatsächlich Weil in der Schweiz nutzt man das für die Haare Liebe Schweizer Zuschauer, könnt ihr mir erklären, ob das wirklich so ist? Weil Zinus meinte das so Und der ist Schweizer Da liegt dann so ein Bücher da runter Ja Ne, Haare Also, man stellt sich vor, ja, wir sind in einem Raum So Das hier ist dieser, das ist der eine Raum Das ist der andere Raum So, und in diesem Raum Äh, ist Ne Decke, ja Also das ist die Decke hier oben Die machen wir ein bisschen breiter tatsächlich Dass man die erkennt So Jetzt Muss aber, weil das Weil das ist einfach zu hoch, der Raum Weil hier unten sind die kleinen Leute, ja So, und der Raum ist viel zu hoch Also hängt man dazwischen eine Dann ist der Raum nicht mehr so hoch Das ist einfach, dass es hier alles weg Hä? Äh, äh Ich hab' nur noch nie gehört Davor Was? Ja Hä? Ja, Seku hat's schon Hä? Noch nie Aber es war gut erklärt, Anna, oder? Ja, das war echt gut erklärt Du erzählst auch immer schöne Geschichten So, denkst du Siehste, ja, weil Geschichte ist wichtig, Leute Erzähl mehr Geschichten in eurem Leben Ja Jetzt sieht's aus wie ne Pistole, aber Ne, hier Pass auf Das hier ist weggemacht worden Jetzt ist der Raum kleiner Das nennt man's Decke Punkt, 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 Decke Ich weiß nicht, wie man das Hä? Ich hab' noch nie gehört davon In dem Haus der Jungen bei uns ist das zum Beispiel genauso Die sind auch mega hoch, die Decken Hä? Warum? So, ähm Ja, weil das Altbauern sind teilweise Ah, so Erstmal Dislike Weil, Lenny Bananenboot Was ist das? Knochen Das ist ein Nagel Knochenmehl Ah, äh Ah, äh Jawohl Wie heißt das Ding? Denk an Tadeos Äh, 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 äh Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Ganz easy Ah Ah Okay Mit K, mit K, mit K Hä, ne Hallo, Lenny Sag mal mit C Nein, gleich in Österreich Okay Okay Ähm, das ist relativ easy zu erklären, weißt du? Wolken Gibt halt So'n Thomas, ne? Ja Ist so dünn Ja, okay Ja Alter Das ist mein Hula-Hoop-Reifen Oh, ist der traurig Ey Mama So, dann Gibt aber die Leute wie mich Sie haben einfach einen dicken Kopf Und Kleid Und der ist halt voll der Ja, ja Kauft mein Merch Übrigens gibt's den noch Äh, weiß ich nicht, was ist das? Äh Also, ich hab keine Ahnung Oh, den Profi Alter 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 Oh, maaann Alter Oh Gott, Alter Ja, Anna, nehm ein Wort, das nicht so einfach ist Gib mir mehr von dem Wort, was du gar nicht kennst Na, 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 na Ich glaube, ich hab' ne ganz coole Idee Hilf mir zu vergessen, dass ich Max kenne Ich glaube, es ist in der Nase Also Popeln Es gibt Hört sich das jetzt bitte Was? Ja Also Alles ab Oh, nee, das wollte ich nicht Scheiße Ah Hä? Alles ab, Alter Wie geil Was ist das denn? Wie geil ist das? Bei mir war das mit Also Es gibt aber auch noch Einen, einen, einen Riegel Nein, oder? Bei mir war Maus, sagt der, es ist fast richtig Ja, bei mir auch, bei mir auch Ach, komm Also Ja, das ist Max Ja, erkennbar an einem komischen Auge Hat die Augen ganz weit oben Oh, das ist die Doppelkinn, Alter Ja, und dann hat man hier so Dings, ne? Mhm Und, ähm Da hat er nur so Oh Und wenn er mit der Hand dahin geht Und dann Oh, er hat eine Hand am Kopf So, so raus So, ne? Da macht er die weg Wie nennt man das? Was denn? Wie nennt man das? Also Zwiebelgeburt? Aber wie nennt man das, wenn man das dann wegmacht da? Ach Gott Äh Okay Ja, okay Komm Anna, du bist die Frau Haha Gewacht, wie lange sind die denn zusammen? Max? Meine Augenbrauen nicht mal Ja, Max Wie lange sind denn die schon zusammen bei dir? Leute, ganz wichtig Wir sind jetzt in einem Wald So Hier ist so ein bisschen Fluss noch Warte, das müssen wir mal ein bisschen abgrenzen noch Dass auf jeden Fall klar ist, dass es ein Fluss ist So Jetzt verkack ich wahrscheinlich das ganze Bild Aber YOLO Dann nehmen wir das hier Das ist Wald Ja Dann gibt es einen Äh Baum Und noch einen Baum Und noch einen Baum Weil das ist hier ein Wald Ja Hat braune Blätter Weil ich gerade so farb bin Auf grün zu wechseln Es ist Herbst Ja, pass auf Dann gibt es so Äh Warte So, ein Auch ein braunes Tier tatsächlich Mit so einem Schnabel Hä? Er sieht aus wie ein Pinguin, Alter Der hat hinten so einen Schwanz Ah Hä? Und hat einen Hut Ah nein Aber der hat einen gelben Bauer bei der Hut Hallo Ich wollte den Bauer bei der Hut noch fertig mal Och man Ich gebe es zu Okay, damit würde ich sagen Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben Äh Checkt viel mal die anderen ab Die sind unten in der Beschreibung verlinkt Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Heute Abend 20 Uhr Stream Bis dahin Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.